Elon Musk hat wieder ein spontanes Twitter-Interview gegeben. Diesmal ging es um das Geschäftsmodell von Starlink, um die Bedenken vieler Menschen, aber auch um signifikante Änderungen am Starship-Design. So soll nun die Starship-Oberstufe vom Super-Heavy-Booster mittels Hot-Staging getrennt werden. Heißer Scheiß, das schauen wir uns natürlich im Detail an. Herzlich willkommen zu Senkrecht-Starte, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Von technischen Problemen geplagt wurde das Interview erst verschoben und dann kam es zu vielen Verbindungsabbrüchen. Elon Musk war auf einer Party eines Freundes in Europa. Was der Grund für die schlechte Verbindung war, hat er nicht spezifiziert. Es hat dann aber geklappt. Es wurde ein spannendes Interview von über 40 Minuten Dauer. Das war für uns Raumfahrt-Nerds voll mit neuen Informationen zu Starship und Starlink. Und daher habe ich das euch oder die wichtigsten Punkte hier in dem Video auf Deutsch zusammengefasst. Bevor wir zum Starship und denen laut Elon Musk über 1000 Änderungen kommen, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, genau unbedingt Senkrecht-Starte abonnieren. Geladen zum Interview hatte übrigens der Journalist Ashley Vance, den ihr vielleicht durch seinen Bestseller Wie Elon Musk die Welt verändert kennt. Diese Elon Musk Biografie und das aktuelle Buch von Vance über den Aufstieg des New Space mit dem Titel When the Heaven Went for Sale verlinke ich euch in der Beschreibung. Zu Beginn des Interviews stellte Ashley Vance die Frage, ob Elon Musk vor 15 Jahren, als SpaceX gerade das erste Mal in den Orbit gekommen ist, damals noch mit der Falcon 1, erwartet habe, dass die Raumfahrt dort angelangt, wo sie heute ist. Elons Antwort, er habe es nicht für unmöglich gehalten, eigentlich durchaus erwartet, dass es passiert. Sie hätten deutlich mehr Fortschritte bei Satelliten gemacht, als er gedacht habe, dafür deutlich weniger beim Starship und Mars. Insgesamt sei Raumfahrt aber natürlich viel spannender als noch vor 10 oder sogar 5 Jahren. Als Kernpunkt, der das möglich gemacht hat, sieht Elon Musk da die Falcon 9 von SpaceX, die den Zugang zum All oder die Kosten für diesen Zugang im Alleingang eigentlich gesenkt hat. Viele kleinere Satellitenfirmen hätten ein Geschäft aufbauen können, weil Falcon 9 die Kosten in den Orbit so stark gesenkt habe. Er verglich das mit Kalifornien, wo im 19. Jahrhundert Siedler mit Kutschen über die Sierra Nevada mussten, bis es dann schließlich die Eisenbahn gab. Sobald man ein Transportproblem gelöst habe, kreiere das eine Möglichkeit für viele weitere Geschäftsmodelle und Firmen. Ashley Vance fragt dann weiter, was Elon Musk erwarte, wie viele Satelliten es in 10, 15 Jahren sein werde. Wie diese Netzwerkebene um die Erde aussehen wird, hänge nicht an der Anzahl der Satelliten, sondern man müsse nach der Masse fragen. Die richtige Frage, wenn es um Satellitenkonstellationen geht, sei laut Elon Musk, wie viel wiegt die Konstellation und welchen nutzbaren Output pro Tonne generiert sie. Er denkt weiter, es werden vermutlich 40.000 bis 50.000 Tonnen sein. Das sei aber reine Spekulation. Also in etwa der Größenordnung von 50.000 Tonnen. Das sei natürlich eine große Zahl für den Orbit, aber eine kleine Zahl für alles, was es auf der Erde so an Infrastruktur gibt. Einfach nur Satelliten zählen, das sei nicht besonders sinnhaft. Er zieht hier einen Vergleich zwischen Ruderbooten und Supertankern. Dieser Vergleich ist auch deshalb gut, weil die 50.000 Tonnen im Orbit in Relation zu der Tragkapazität eines einzelnen Supertankers mit über 500.000 Tonnen tatsächlich sehr klein sind. Um seine Schätzung zu untermauern, erdeutet Elon Musk weiter, ja, wenn man signifikant Kommunikation in den Orbit verlegen würde, 5 bis 10 Prozent, dann werde man eine gewisse Menge an Energie benötigen. Und da man in niedrigen Erdumlaufbahnen Batterien brauche, weil man die Hälfte der Zeit im Erdschatten operiere, werde man um eine gewisse Masse nicht herumkommen. Gefragt nach dem Geschäftsmodell von Starlink, sagte Elon, wenn man mit den auf der Erde verfügbaren Möglichkeiten konkurrieren könnte, dann habe man ein Geschäftsmodell. Die Frage sei ausschließlich, wie gut ist dein Internet und was kostet es? Die Frage danach, wann Starlink an die Börse geht, blockierte Elon Musk mit dem Verweis auf rechtliche Gründe. Auf die Frage, wie viel Starlink bisher gekostet habe, könnte Elon Musk keine genaue Zahl nennen. Es müssen über 2 Milliarden Dollar sein, Ende des Jahres vermutlich sogar 3 Milliarden. Und das sei dann nicht weit entfernt von seiner ursprünglichen Schätzung. 50.000 Tonnen im niedrigen Erdorbit. Da liegt die Frage nach Kollisionswahrscheinlichkeit natürlich nahe. Ashley Vance leitet dieses Thema damit ein, dass Menschen grundsätzlich ja immer gierig werden und dann von irgendetwas mehr in Anspruch nehmen als gut ist. Ob man dann aufpassen müsse mit den vielen Konstellationen, den Geschäftsmodellen, die jetzt in den Orbit drängen, dass durch das jetzige Handeln später Probleme entstehen. Elons Antwort auf diese Frage, es wäre kein effektives Projekt, wenn sich sein eigenes Grab schaufelt. Er betont aber, der Weltraum sei sehr, sehr, sehr groß. Wenn man auf der Erde nur die Erdoberfläche habe, habe man im All rings um die Erde eine riesige Zahl an konzentrischen Kugeloberflächen zur Verfügung, in die man Dinge tun könnte. Er halte es für keine besonders schwere Aufgabe, das Verkehrsproblem zu lösen, wenn es gute Koordination aller Beteiligten gäbe. Er meint weiter, man dürfe da schon nicht schlampig sein. Sie würden versuchen, das zu perfektionieren durch automatisches Ausweichen von Satelliten und die genaue Satellitenposition. Das Wichtigste sei aber die Kommunikation zwischen den Beteiligten. Und man müsse halt Probleme vermeiden. Laut seiner Meinung kein schwieriges Problem. Die Frage, ob sich SpaceX um die Konkurrenz sorge, verneint Elon Musk. Sie seien auf ihre Arbeit fokussiert und sie hätten ja auch kein Problem damit, Satelliten der Konkurrenz zu starten. So wie es aktuell passiert, weil die russischen Soyuz-Raketen wegfallen. SpaceX habe dabei auch keinen Extra-Preis verlangt. Das zeige laut Elon Musk doch, dass sie sogar die Konkurrenz unterstützen. Sie würden sich einfach nicht sehr viel Gedanken um die Konkurrenz machen, sondern darüber, wie sie ihre eigenen Produkte verbessern können. Elon sei der Überzeugung, jeder, der sich um seine Konkurrenz sorge, begehe einen Fehler, weil er seine mentale Energie verschwende. Ein bisschen angeben musste er dann doch. De facto seien sie natürlich der Konkurrenz sehr weit voraus. Er schätze, dass SpaceX dieses Jahr für 80% der Nutzlast in den Orbit verantwortlich ist. 10% startet China und dann der Rest der Welt etwa 8 oder 9%. Ziemlich am Ende kam Ashley Vance dann endlich zum Starship und fragte, ob Elon Musk da Updates geben könnte. Elon sagte, dass sie weit über 1000 Änderungen im Vergleich zum letzten Startversuch am 20. April vorgenommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es im nächsten Versuch dann in den Orbit schaffen werden, die stuft er als sehr, sehr viel höher ein. Mit vermutlich 60% Wahrscheinlichkeit könnten sie es schaffen. Das Hauptaugenmerk lege man auf die Stufentrennung. Und das fand ich ganz besonders interessant. Das Konzept der Stufentrennung, das hätten sie komplett geändert. Statt der bisher favorisierten Methode, bei der Booster und Ship in eine Rotation versetzt werden und sich das Schiff dann durch seine Trägheit vom Booster lösen würde, soll nun durch das Trennen durch Hot Staging erfolgen. Kurz erklärt, beim Hot Staging wird die nächste Stufe schon gezündet, wenn sie noch an der darunterliegenden befestigt ist und diese noch am Feuern ist. Da es dann heiß zur Sache geht, heißt diese Trennung eben heiße Trennung oder Hot Staging. Mittlerweile hat sich Elon Musk auf Twitter zum Hot Staging geäußert und das direkt unter der wie immer hervorragenden Visualisierung von Tony Bela. Elon Musk meinte dazu, sie würden die drei mittleren Raptor-Triebwerke des Boosters mit 50% Schub während des Hot Stagings betreiben. Das scheint durchaus sinnhaft. Wenn der Booster zu sehr drückt, kann sich ja das Ship nicht vom Booster lösen. Hat übrigens keine zwei Stunden gedauert, bis Tony seine Illustration auf Twitter korrigiert hat. Folgt Tony unbedingt auf Twitter, seine Raumfahrtschaubilder sind die besten im Netz. Elon Musk spezifizierte weiter, dass sie die meisten Booster-Triebwerke schon ausschalten werden, aber eben noch einige weiterlaufen. Gleichzeitig werden dann die Ship-Triebwerke gezündet, was dann natürlich dazu führt, dass der Booster aus nächster Nähe heißes Abgas von der Oberstufe abbekommt. Da müssten sie nun den Booster vor diesem Abgas schützen. Weiter beschreibt Elon Musk, dass früher die Sowjets und heute die Russen das schon seit einer ganzen Weile so machen. Tatsächlich bei der R7 und allen auf ihr basierenden Raketen wie der Soyuz kann man das an dieser Gitterstruktur erkennen. Durch dieses Gitter kann dann das Abgas der Triebwerk entweichen. Auch bei der sowjetischen N1-Mondrakete gab es diese Gitter für die Stufentrennung. So weit kam sie aber nie bei der N1, die ist ja nie über die erste Stufe hinausgekommen. Laut Elon Musk soll das übrigens konservativ zu 10% mehr Nutzlast-Performance führen. Wirkt auf mich jetzt etwas viel, aber vielleicht meint er, dass es zu 10% mehr Performance führt als bei der vorherigen Variante. Bei der jetzt verworfenen Variante feuern ja eine signifikante Zeit keine Triebwerke und die Rakete fällt dann bereits zurück zur Erde. Das macht natürlich die Gravitationsverluste größer. Darauf könnte auch ein weiteres Zitat hindeuten, dass sie einfach nie aufhören würden, Schub zu geben, bis man einen Orbit erreicht hat. Damit sie das Hot Staging machen können, würden sie den Booster an der Oberseite mit Entlüftungsöffnungen versehen, damit das heiße Gas der Triebwerke entweichen kann. Sie machen, so Elon, den Booster zwar etwas länger, wobei diese Verlängerung fast ausschließlich aus Löchern für das Oberstufenabgas besteht. Ob das Ganze am Ende dann auch funktioniert, erachtet Elon Musk übrigens als das größte Risiko für den nächsten Flug. Auf die Frage, wann der nächste Flug denn wahrscheinlich wäre, antwortete Elon Musk, es gäbe sehr viele unbekannte Variablen. Sie gehen aber aktuell davon aus, dass Pad Booster und das Chip in sechs Wochen bereit sind. An der Bodeninfrastruktur ergänzen sie laut Elon Musk 1000 Kubikmeter Beton. Obendrauf kommt der viel zitierte Stahl-Sandwich aus sehr dicken Stahlplatten, die zur Kühlung von Wasser durchströmt werden. Wobei dann das Wasser durch Löcher an der Oberseite austreten kann und zusätzlich für Kühlung sorgt. Als ein gigantischer, nach oben gerichteter Duschkopf beschreibt Elon Musk das weiter. Der Booster sei laut Elon der weltweit größte Plasmaschneider und dem müsse man etwas entgegensetzen. Nicht nur die Hitze sei da ein Problem, sondern auch die gewaltige Menge an brutaler Kraft, mit der das Abgas drückt. Zwar muss sich das Abgas, wie oft fälschlicherweise ja angenommen, nirgends abdrücken, um die Rakete nach oben zu drücken. Aber potenziell hat es natürlich dieselbe Gewalt, mit der der Schub der Rakete erzeugt wird. Zusätzlich ist es natürlich extrem heiß. Elon vermutet, sie haben es jetzt mit dem Stahl-Sandwich etwas übertrieben. Aber das hinterlasse das Pad dann eben in einem deutlich besseren Zustand als beim letzten Mal. Zusätzlich verbessere man das Schub-Gewichts-Verhältnis der Rakete beim Start, umso weniger Zeit in Bodennähe zu verbringen. Auf die Frage von Ashley Vance, ob sie es bereuen, dass sie es beim letzten Mal nicht so gemacht haben, antwortete Elon Musk. Rückblick sei sowas von 2020. Natürlich bereuen sie es, aber das sei ja irrelevant. So sei das nun mal, wenn man etwas tut, wovon man nicht die Antwort direkt weiß. Da war Elon ein bisschen schnippig. Sehr gefreut habe ich mich, als Ashley Vance nach den Rappler-Triebwerken gefragt hat. Während des Fluges am 20. April sind ja mehrere Raptoren am Booster 7 ausgefallen. Da naheliegend die Frage, ob sie die Probleme jetzt angegangen sind. Elon beschreibt dann eine Sammelleitung, die heißes treibstoffreiches Gas von der Methan-Turbopumpe in den Bereich über der Brennkammer befördert, wo es dann mit dem Sauerstoff gemischt in die Brennkammer geht. Kleine Anmerkung, die Sauerstoffseite hat ja diese Leitung nicht, da sie in einer Achse mit der Brennkammer liegt. An dieser Methan-Sammelleitung hätten sie eine Menge Anpassungen durchgeführt. Man könne laut Elon Musk sogar darüber streiten, ob es das risikoreichste Teil des Triebwerks sei. Das sei eine der größten einzelnen Verbesserungen, die sie an den Raptor-Triebwerken vorgenommen hätten. Auf die Frage, was die größte technische Herausforderung sei, vor der sie stehen, bevor Starship mal kommerziell eingesetzt werden könne, antwortete Elon Musk, sie können das noch nicht so ganz mit Sicherheit sagen, sie müssen erstmal einen Orbit erreichen. Wenn sie wüssten, was die größten Probleme sind, dann würden sie natürlich vorher beseitigen. Beim Starten würden sie dann die ganzen nicht bekannten Variablen testen, alles was man eben nicht vorher mit Sicherheit sagen kann. Aktuell würde er sagen, dass die Stufenseparation die größte Herausforderung noch vor ihnen wäre. Apropos Herausforderungen, Selbstständigkeit mit einem Nischenkanal wie Senkrechtstarter nur für Raumfahrt, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ein ganz großes Dankeschön geht hier an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Ihr habt wirklich aktiv mit den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, vielleicht ja dann mit dem Starship. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.